Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der dreiteiligen Lehrfilmreihe zu Magnesium und Magnesiumlegierungen. Diese Lehrfilmreihe vermittelt einen Überblick über Reinmagnesium und Magnesiumlegierungen. Es werden Fachbezeichnungen erläutert, sowie ein tieferer Einblick über die häufigsten Magnesiumlegierungen gegeben. In diesem Lehrfilm stellen wir das Reinmagnesium vor. Zunächst werden die Eigenschaften, der kristalline und mikrostrukturelle Aufbau, sowie Anwendungen bzw. der Einsatz von Reinmagnesium erläutert. Magnesium ist ein silberglänzendes Metall und gehört zur Gruppe der Nichteisenmetalle. Mit einer Dichte von 1,74 g pro cm³ ist es das leichteste Metall der zweiten Hauptgruppe im Periodensystem. Aufgrund der geringen Dichte gehört Magnesium wie Aluminium, Beryllium oder auch Titan ebenfalls zur Gruppe der Leichtmetalle. Im Vergleich zu Aluminium besitzt Magnesium eine um rund ein Drittel geringere Dichte. Im Vergleich zu Stahl weist Magnesium sogar eine über 4 mal niedrigere Dichte auf. Zusammen mit Aluminium ist Magnesium der wichtigste metallische Werkstoff im Maschinenbau und in der Fahrzeugtechnik, wenn es um Leichtbau geht. Im Folgenden werden die wichtigsten Eigenschaften von Reinmagnesium erläutert. Darunter fallen die physikalischen, mechanischen und chemischen Eigenschaften sowie die technologischen Eigenschaften. Die wohl wichtigste technologische Eigenschaft von Magnesium ist die geringe Dichte. Die für Metalle ebenfalls verhältnismäßig niedrige Schmelztemperatur liegt bei ca. 650 Grad Celsius. Weiterhin besitzt Magnesium eine Wärmeleitfähigkeit von 160 Watt pro Meter Kelvin. Im Vergleich zu anderen Leichtmetallen zeigt Magnesium somit eine moderate Wärmeleitfähigkeit. Magnesium besitzt lediglich ein Elastizitätsmodul von 45 GPa und eine Zugfestigkeit von 80 bis 180 Megapaskal. Die spezifische Zugfestigkeit jedoch, also die Zugfestigkeit bezogen auf die Dichte, ist, wie auch die spezifische Steifigkeit, aufgrund der geringen Dichte hoch. Ein großer Nachteil des Reinmagnesiums ist seine Korrosionsanfälligkeit. Zwar bildet Magnesium ähnlich wie Aluminium an Luft eine Oxidschicht aus, eine sogenannte Passivschicht, diese ist aber nicht flächendeckend und somit nicht schützend. Weiterhin ist Magnesium leicht entzündlich. Fängt Magnesium einmal an zu brennen, so ist es nur schwer zu löschen. Magnesium ist gut zersparnbar. Aufgrund der Entzündlichkeit ist jedoch der Einsatz eines geeigneten Kühlmittels notwendig. Dieses darf aber auf keinen Fall wasserhaltig sein. Magnesium lässt sich nur schlecht kalt umformen. Das liegt in seiner Mikrostruktur begründet. Reinmagnesium kristallisiert im hexagonalen Kristallsystem, beziehungsweise in der hexagonal dichtesten Kugelpackung, auch kurz HDP genannt. Eine Magnesium-Elementarzelle besitzt 6 Atome. Die Atome sind dabei ausgehend von der Basisebene in Richtung der C-Achse nach der Schichtfolge AB AB angeordnet. Das bedeutet, dass die dritte Schicht von Atomen genau über der ersten Atomschicht liegt. Hexagonalen Strukturen ist es zu eigen, dass lediglich in der Basisebene leicht aktivierbare Gleitsysteme einfach angesprochen werden. Zur Erinnerung. Ein Gleitsystem beschreibt in der Werkstoffmechanik die Kombination von Gleitebene und Gleitrichtung. Gleitsysteme sind die Voraussetzung für Versetzungsbewegungen. Bei hexagonalen Kristallsystemen ist eine Versetzungsbewegung und damit plastische Verformung also nur in der Basisebene möglich. Dort sind drei Gleitsysteme wirksam. Für Verformungen in andere Richtungen ist immer der Beitrag anderer Gleitsysteme oder mechanische Zwillingsbildung notwendig. Auch wenn es weitere neuen Gleitsysteme gibt, wird eine deutlich höhere Spannung für die Einleitung der Versetzungsbewegungen benötigt. Gleichzeitig muss der Gitterwiderstand, die sogenannte Peiralsspannung, überwunden werden. Die Peiralsspannung gibt die zur Einleitung einer Versetzungsbewegung notwendige Schubspannung an und kann in hexagonalen Systemen sehr hoch sein. Die Kaltverformung im hexagonalen Magnesium ist also aufgrund der erforderlichen hohen Schubspannungen und fehlender einfach zu aktivierenden Gleitsysteme erschwert. Die Grundlage zur plastischen Verformung sind im folgenden Video erklärt. Als Reinelement findet Magnesium im Maschinenbau und in der Fahrzeugtechnik nur selten Anwendung. Der Grund dafür sind Eigenschaften wie Korrosionsanfälligkeit und eine geringe Festigkeit. Dennoch wird Magnesium in seiner Reinenform aufgrund seiner Brenneigenschaften im Bereich der Pyrotechnik für Feuerwerkskörper eingesetzt. Weiterhin wird Magnesium in Form von Stäben als Opferanode für edlere Metalle verwendet, um diese vor Korrosion zu schützen. Schließlich wird Reinmagnesium verschiedenen metallischen Legierungen als Legierungsbestandteil beigemischt. In Aluminiumlegierungen zum Beispiel sorgt es für die Mischkristallhärtung. Um das Anwendungsspektrum zu erweitern, werden dem Magnesium oft Legierungselemente hinzugefügt. Das sorgt je nach Legierungselement für verbesserte Eigenschaften. So wird unter anderem durch das Beimischen der Legierungselemente Mangan die Korrosionsbeständigkeit, durch Silizium die Bruchdehnung oder auch durch Lithium die Duktilität erhöht. Außerdem kommt es durch das Hinzugeben von Aluminium oder Zink zu einer verbesserten Festigkeit. Wichtigste festigkeitssteigernde Mechanismen sind dabei die Mischkristallhärtung und Ausscheidungshärtung. Hierzu könnt ihr euch gerne folgende Lehrvideos anschauen. Fassen wir noch einmal zusammen. In erster Linie zeichnet Magnesium seine geringe Dichte aus. Es besitzt sowohl einen geringen E-Modul, also eine geringe Steifigkeit, und eine geringe Zugfestigkeit. Magnesium ist gut zersparenbar, aber korrosionsanfällig. Magnesium kristallisiert im hexagonalen Kristallsystem. Die Anordnung der Atome in einer Magnesium-Elementarzelle ist hexagonaldichtest gepackt. Daraus ergeben sich eine schlechte Kaltumformbarkeit sowie ein sprödes Materialverhalten. Aufgrund seiner hohen Entzündlichkeit kommt Magnesium überwiegend in der Pyrotechnik zum Einsatz. Weil Magnesium eine sehr niedrige Korrosionsbeständigkeit hat, wird es als Opfernode verwendet. Für verbesserte mechanische und physikalische Eigenschaften werden Magnesiumlegierungselemente wie Aluminium, Zink, Mangan, Silizium oder auch Lithium zugemischt. Wichtigste festigkeitssteigernde Mechanismen sind dabei die Mischkristallhärtung und Ausscheidungshärtung. Wichtigste festigkeitssteigernde Mechanismen Wichtigste festigkeitssteigernde Mechanismen